Er gibt absolut Vollgas, ein Schritt, kurzer Beschleunigungsschritt an jedem Tor. Ja, und Vollgas geben wir auch wieder an der Strecke. Wir machen es den Leuten gleich, die sich hier runterhauen. Wir haben es für das Erste, auf geht's. Jetzt ist wirklich Entscheidung pur. Moritz Turms, come on, auf geht's. Ja, wenn das durchbringt, ist das schnell, wenn ja. Jawoll, das ist ja durch. Haben Sie die Bestzeit.